Verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Bitte nicht! Nicht das, bitte! Sagen Sie mal, Sergeant Berkus, entscheiden Sie immer erst, dass jemand schuldig ist, um danach Beweisen zu suchen, wie das untermauern. Läuft das hier so? Nein, Sir. Ich bin eben altmodisch und bevorzuge es, lieber Beweismaterial zu sammeln und mich darauf zu verlassen. Warum bin ich hier? Zwei Ihrer Freunde sind tot. Billy und Laurie haben die Finsternis berührt. Das kann Bikern passieren. Sie haben die Finsternis berührt. Das versteht nur jemand, der Geschwindigkeit Speed lebt. Speed? Erzählen Sie mir mehr davon. Sir, falls Sie Webster finden, bekommen Sie wahrscheinlich nur eine Chance. Ich habe doch Kinder. Ja, ich bin selbstweise, hat mir wohl nicht geschadet. Auf die Knie! Nein, bitte! Bitte! Ich bin selbst von Ihnen. Ich bin selbst vom Schleifel. Ich bin sicher. Ich bin selbst vom Schleifel. Ich bin zwecks Barret. Ich bin selbst vom Schleifel. Untertitelung des ZDF, 2020